Qualitätshandwerk mit Nachhaltigkeit. Dafür steht die Malerei Eder aus Söll bereits seit 1975. Spezialisiert auf die Innenraumgestaltung sowie auf den Anstrich von Fassaden und Außenwänden, verwendet der traditionsreiche Meisterbetrieb Produkte, die ökologisch unbedenklich sind. Egal ob Tapete, Kalkputztechnik oder sonstige Kreativtechniken, die Malerei Eder arbeitet stets qualitätsbewusst. Zudem glänzt das Spitzenteam mit kompetenter Beratung, sauberer Ausführung und termintreuer Organisation. Kurzum, perfekte Betreuung von A bis Z, auch wenn es mal schnell gehen muss. Gerade bei Renovierungen, die zurzeit ein großes Thema sind, ist eine erstklassige Beratung grundlegend für den Erfolg. Malermeister Eder und seine erfahrene Mannschaft bemühen sich stets darum, das Beste aus ihren vier Wänden herauszuholen. Malermeister Eder, tolle Leistung zu mehr als fairen Preisen. Vom Mitglied des Qualitätshandwerks Tirol.